draußen wird es nämlich schon hell und im spiel wird es gerade dunkel glaube ich wird es dunkel oder wird es hell ich weiß es gerade gar nicht egal ich sag mit dem boxer erstmal ein paar hippies runter hier ich habe schon auf den multiplayer er kommt ja am ersten 10 wort hat er nicht mehr nein 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 was passiert ich sollte damit aufpassen der boxe einfach voll gegen was du denn okay also ich wollte doch der offen berg bleiben ja jetzt sieht er mal so ein bisschen was passiert wenn man die berg mit einem auto da kommen meine türen auch noch ich habe jetzt grafik fehler jetzt stellt euch das mal vor und geht ja vier mal hier mit dem schaden modell in dem auto wenigstens mehr übrig ja ich muss jetzt glaube ich jetzt noch unter wasser wo das let's go let's go genau bevor wir den ufo spaß hier muss ich hier noch unterfahren wird euch bewusst sein ach ficken wir fahren schon übelst geile karten rum aber wenn man dem haus vorbeigucken vielleicht hier wird da ja noch was schöne jetzt okay 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 fahren wir mal unten gleich mal drei sterne reingehandelt wir werden sowieso sterben aber ich zeige ich jetzt einfach mal wie die bohlen das regeln fach